Und über den Weltfrauentag möchte ich jetzt mit Anja Kofbinger von den Grünen sprechen. Sie ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und frauenpolitische Sprecherin. Frau Kofbinger, schönen guten Tag erstmal nach Berlin. Guten Tag aus Berlin. Erstmal die Frage an Sie, haben Sie schon eine Rose geschenkt bekommen heute und wenn, haben Sie sich drüber gefreut? Also ich freue mich immer, wenn ich Blumen geschenkt bekomme, aber wir sind ja jetzt hier einigermaßen früh zu Gange und da habe ich noch keine bekommen. Ich bin mir sicher, dass irgendein SPD-Mann mich aber heute erwischen wird und dann habe ich auch eine Rose und die nehme ich dann auch gerne entgegen. Gut, das Annehmen ist das eine, die Freude darüber das andere. Es gibt Frauen, die es sogar als Beleidigung ansehen, wenn man ihnen zum Weltfrauentag, der ja heute ist, gratuliert und ihnen eine Rose in die Hand drückt. Die SPD macht das, viele Gewerkschaften machen. Das sei wie ein Tätscheln über den Kopf, heißt es in einem Kommentar. Können Sie diese Ablehnung dagegen verstehen? Absolut. Mein Lieblingsspruch am Frauentag ist, statt Blumen und Präsente Frauen in die Parlamente. Und dabei bleibe ich auch. Allerdings muss ich ja jetzt nicht jede wirklich nett gemeinte Geste gleich barsch zurückweisen. Aber ich bin ja auch Politikerin. Ich werde ja dafür bezahlt, dass ich nett bin. Also sind zu wenige, wenn wir das nochmal aufgreifen, zu wenige Frauen in den Parlamenten in Deutschland? Absolut. Natürlich. Wir haben ja gerade auch in Verbindung mit diesem Feiertag, den wir kreiert haben, in Berlin auch einen Vorschlag. Im Entwurf jetzt erstmal zum Parité-Gesetz. Da werden wir uns so ein bisschen an Brandenburg, unserem Nachbarland, orientieren, die das ja schon bereits beschlossen haben. Weil das wirklich, was Sie gerade auch im Einspieler gezeigt haben, natürlich sich in der Politik durchsetzt. Und wir finden ja auch, dass das nicht verfassungskonform ist, dass nur 30 Prozent von Frauen im Bundestag zum Beispiel sitzen. Und vielleicht auch noch weniger in den Länderparlamenten. Gut, da ist die Politik gefragt. Sie haben jetzt den Gesetzentwurf angesprochen. Was muss da jetzt ganz konkret passieren? Und was bringen Sie, was bringt Ihre Partei da auch in Berlin auf den Weg? Wir machen ungefähr das, was auch in Brandenburg bereits gemacht wurde jetzt vor ein paar Wochen. Wir möchten gerne ein Reißverschlusssystem für die Listenwahlen haben. Es gibt in Berlin zum Beispiel Bezirks- oder Landeslisten und BVV, also Bezirksverordnetenlisten. Das möchten wir gerne als Reißverschluss gestalten. Das heißt, es gibt immer einen Wechsel von Mann, Frau, Mann, Frau. Man kann auch mit einer Frau beginnen. Aber es ist klar, dass die Geschlechter gleich vertreten sind. Und bei den Direktmandaten streben wir an, dass wir die jetzt bestehenden Direktwahlkreise halbieren und immer mit einem Tandem Mann-Frau antreten. Und wir hoffen, dass wir so eine Parität dann bei der nächsten oder auch übernächsten Wahl erreichen werden. In anderen Ländern sitzen viel mehr Frauen in Parlamenten. Kann man sich da irgendwo was abgucken? Ja, natürlich. Also, das ist ja das Lustige. Man hat uns ja vorgeworfen, wir würden das wahnsinnig übers Knie brechen. In Wirklichkeit ist es so, bereits 2000 wurde das in Frankreich verabschiedet. Seit 2001 war dann auch die erste Wahl mit der Umsetzung des sogenannten Parité-Gesetzes. Und seitdem, seit 18 Jahren diskutieren wir auch hier in Deutschland, wäre das vielleicht was für uns. Mittlerweile gibt es das in Belgien, es gibt das in Spanien. Ich glaube, auch Litauen hat es mittlerweile. Also verschiedenste Länder, die uns umgeben, haben dieses Parité-Gesetz. Und wenn Sie in diese Länder fahren, werden Sie sehen, die sind noch nicht zusammengebrochen. Die ehemalige Familienministerin Ursula von der Leyen hat in einem Interview mal gesagt, Frauen muss, Zitat, das Wagnis-Kind schmackhaft gemacht werden. Was muss passieren, damit Kinder kein Risiko mehr für das Berufsleben von Frauen darstellen? Weil das ist ja definitiv auch bei uns in Deutschland ein großes Problem. Da haben Sie völlig recht. Es geht ja um die berühmte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familie und Karriere, wie auch immer Sie das nennen möchten. Und da sind wir einfach noch zu weit hinten an. Da gibt es Länder, zum Beispiel Frankreich, man glaubt es ja kaum, die da viel, viel weiter sind und die diese Vereinbarkeit schon geschaffen haben. Da gibt es auch mehr Frauen in den Vorständen, da gibt es mehr Frauen in den Aufsichtsräten. Das hat doch alles einen Grund und trotzdem haben die ja auch Kinder. Das heißt, die Vereinbarkeit stimmt noch nicht. Und ich setze jetzt wirklich mal auch auf die SPD-Familienministerin, Franziska Giffey, eine ganz hervorragende Berliner Politikerin, die dieses Thema ja auch schon auf der Kommunalebene hier bearbeitet hat. Sie hat eine Sensibilität für dieses Thema und ich erwarte jetzt auch gute Ergebnisse von ihr, selbstverständlich. Vereinbarkeit ist das eine von Familie und Arbeit. Und dann gibt es ja noch die Lohnunterschiede. Darüber haben wir ja gerade auch schon kurz gesprochen. Frauen verdienen in Deutschland immer noch gut ein Fünftel weniger als Männer. Also eine ganze Menge. In vielen anderen Ländern ist da in den vergangenen Jahren viel passiert, viel dagegen unternommen worden. In Island zum Beispiel sind Lohnunterschiede aufgrund von Geschlecht sogar illegal. Brauchen wir in Deutschland auch noch striktere gesetzliche Vorgaben? Und was schlagen Sie, wenn Sie sagen, dass wir die brauchen, dann ganz konkret vor? Also das wird die brauchen, haben Sie ja gerade selber hergeleitet. Und Island ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Das geht natürlich auch, wenn man ein Parlament hat, das sich auf so etwas verständigt. Das kann man natürlich machen und sagen, die Lohnunterschiede, die es gibt, de facto gibt, die zwischen, ja manche sagen 13, manche sagen 21 Prozent, aber es gibt sie ja, die es de facto gibt, die müssen per Gesetz verboten werden. Da wären wir schon einen Schritt weiter. Es ist verhältnismäßig einfach und man müsste es dann nur noch kontrollieren. Und ein solches Gesetz fände ich ganz großartig, weil wir müssen am 18. März schon wieder auf die Straße gehen. Dann ist nämlich Equal Pay Day und dann werden wir wieder dagegen demonstrieren, dass Frauen wesentlich schlechter bezahlt werden in diesem Land. Eine kurze Einschätzung bitte noch von Ihnen. Die Politik ist ja das eine, das Denken in der Gesellschaft das andere. Wie kann es gelingen, diese klassischen Rollenmuster, die es ja auch gibt, aufzubrechen? Ja, da hilft leider nur eins. Reden, reden, reden. Und zwar miteinander reden. Nicht gegeneinander reden, das muss auch manchmal sein. Man muss sich ja auch behaupten mit seiner Meinung. Aber im Prinzip geht nichts über Kommunikation. Das sage ich Ihnen auch als Politikerin. Ich mache das schon seit über 30 Jahren. Und ich wiederhole immer noch die gleichen Sätze. Ich habe ja gerade mit einem angefangen. Statt Blumen und Präsente, Frauen in die Parlamente. Und es wird uns nicht erspart bleiben als Frauen und als wohlwollende Männer, die das auch richtig finden, das immer weiterzumachen. Geredet haben wir. Vielen Dank, Anja Kofbinger, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Anja Kofbinger. 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 Vielen Dank.